So, liebe Freunde aus Mannheim und Umgebung, ja, herzlich willkommen hier bei uns an Bord. Schön, dass ihr alle wieder da seid, ne? Ja, ich bin total gerührt. So, wie sieht's aus? Können wir loslegen? Alright. Na, packen wir mal ganz vorsichtig an, ne? Ja, lacht ihr mal alle. Ja, lacht man alle. Das vergeht euch auch gleich. Freunde, wann nicht so stoppsteigend an deinem Rund sitzt, ne? Sind's dir die auf dem Club, ey? Boah, wie wollt ihr da lachen während der Reise? Die anderen Leute sollen doch schließlich denken, dass das ihr Spaß macht, oh. Oh, mein Gott, Achtung, 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 Achtung. Ja, habt ihr es schon wieder geschafft, ne? Ja, macht euch schön gemütlich. Schön mit dem Nachbar kuscheln. Ja, hier ist der Rhythmus vom Rhythmus, Freunde. So, wie sieht's auch was da rum, Mädels? Können wir loslegen? Achso, ja, Mensch, hab ich ja noch ganz vergessen. Muss ich immer darauf hinweisen. Bei Irrbank-Komplikationen an Bord immer schön dran denken. Richtig, ne? Ja, und dass die Jungs mit der Jaka drin machen, ne? Ne, zwei, zwei, zwei. Ne, lieber, ne? Die Karre ist russisch poliert. Achtung, Achtung, jetzt geht's los. Tja, da kannst du, wie du willst, Mutti, mitgehammelt, mitgesammelt. Die Schweinerei hast du mitbezahlt. Ja, winke, winke. Jetzt geht's los. Boah, ich hab mir das nochmal anders überlegt, ne? Ja, Papi, da hat die Mutti nichts von erzählt, ne? Ja, da kommt er wieder. Ja, immer schön lecken, Freunde, und aufpassen, was zum Mittag gab. Ja, heute gab's wieder Linsen-Eintopf mit rote Beete. Ja, halb so lucky, jetzt spielen wir hier mal wieder so richtig wilde Sau, KWR. Jawohl. Hier ist der völlig durchgedrehte Hofer, hier fässt er uns. Jawohl, das sieht gut aus. Komm, Freunde. Seid ihr startklar? Ja. 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 Das ist egal, hier ist neuer Wolfs-Power. Volle, Volle. Ja, Schätzchen, heute gibt's wieder mehr von Zutaten. Ja, Schätzchen, heute gibt's wieder mehr von Zutaten. So, Freunde, ja? Nee, 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 Papi, da bist du noch nicht für toll. Nee, nee, nee. Warum mal reinschauen hier? Komm mal her zum Hochgeschunde. Wie sieht's denn aus am Wort? Ja, wir drehen noch mal zu Hause. Warum wollen wir noch mal die anderen Keine reinschauen hier? Ja, Pappi sagt, das geht auch weiter. Wenn es Pappi gut geht, geht es allen anderen auch gut. Rektum Zwitzel, bye bye baby, nachschau. Da legen wir nochmal los. Unsere Gäste, nur das Beste. Ja, Winke, Winke, ich hab mich auch lieb, jetzt geht's los. Ja, Winke, Winke, wir sind ja mega, die sitzen ja nicht gut. Jetzt mal die Brustbüten fahr ich auch nochmal mit, aber erst den Brustbüten. Kommt jetzt hier, Knüppel aus den Sacken. Jetzt hat die Brustbüten voll. Jawohl, auf und nieder. Wer den Herbohr nicht kennt, der hat die Welt verpässt. Das ist ein Lied, das ist Spaß. Ich kenn's. So, Freunde, anschließend dabei war ein Zustand. Heute, am 1. Mai, die superlange heiße Mai-Tour. Das ist ein Lied, das ist ein Lied, das ist ein Lied. Mein Roi growl, das ist ein Lied, das ist ein Lied. Da wird nie zu die Hochkabbelkarten. Habt ihr genug? Nein. Wie viel? Ja. Habt ihr noch nicht genug? Nein. Scheiße. Naja, sind wir uns ja wenigstens einig, ne? Ich auch noch nicht. Komm her. Einig drehen wir noch. Meinst du schön wahr? Einmal machen wir es noch. Einmal schaffen wir es noch. Einmal treiben wir es noch. Achtung. Volle, volle. Letzte Runde. Das war's. Das war's. Das muss gewesen sein. Nichts geht mehr. Wir landen. Neue Reise. Ja, Schätzchen. Da sieht es wieder richtig schick aus. Junge, Junge. Neue Lunge. Ja, vom Winde, vom Wien. Eine Kreation vom Erwoll. Jawoll. Das sieht gut aus. Ihr habt's geschafft, Freunde. Die Erde hat euch wieder. Wir hoffen, ihr habt's in deinen Eindruck.